Irgendwie bleiben wir dauerhaft unter den 10 Power Spins fast, oder? Soll es sich in der 10 Power Spins fast, oder? Soll es sich in der 10 Power Spins fast, oder? Soll es sich in der 10 Power Spins fast, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Noch ein Power-Spin Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube bei 200 höre ich auf, das Spiel scheint nicht mehr so viel herzugeben. Ah ok, immer nochmal ein paar Power-Spins, zwei um genauer zu sein. Also bis 200 spielen wir noch und dann denke ich mal, höre ich jetzt auf. Also vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh ok, scheinbar wird uns der Automat noch ein paar Power-Spins geben. Acht Stück immerhin. Okay. Okay. So, das Video wird schon sehr lang. Ich denke mal, ich mache beim nächsten Mal jetzt einen Schnitt und dann könnt ihr beim zweiten Teil wieder einschalten. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht beim zweiten Teil dann einzuschalten. Ciao. Hi zusammen. Heute der zweite Teil von Lucky Pharao auf 2 Euro. Wir starten mit 24 Power-Spins. Ich würde sagen, das ist ein guter Beginn. Los geht's. Wir sind schon bei 90 Euro, das läuft doch. Bei 1000 Euro. Wie geht's. Wie geht's. Ich denke, die Solare kann, in denen sitzt auf 4 Euro der aktuellen. Wie geht's. Ich habe einen Männer von 12, 4 Euro die erstmalsàcies auch in pesos. Bei 100 привет. Wie geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es geht gut weiter, würde ich sagen Einundschürzig Power Spins, das nenne ich mal krass und das auf dem höchsten Einsatz und das nenne ich mal krass und das nenne ich mal krass. Jetzt fängt er auch noch an rüber zu rufen, das ist natürlich echt so. Leider ist aber auch gleich die Pause in zwei Minuten. Das heißt wir müssen auf jeden Fall die Pause Spins erstmal unterbrechen später. Wir warten aber natürlich bis die Pause startet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. noch oben zu geben, das hilft mir wirklich sehr weiter. Jetzt möchte er uns wieder Geld geben. Nehmen wir doch die 2 Euro mit. Kurze Pause. Weiter geht's mit den Power Spins. Dafür, dass wir natürlich mit so vielen Power Spins gestartet sind, haben wir gar nicht mal so viel gewonnen eigentlich. Siebenundzwanzig Stück. Los geht's. So. 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 Das ist doch möglich. Erst nimmt er uns das Geld weg und jetzt bekommen wir es schon wieder. Das ist doch möglich. Wieder über 20 Power Spins. Man kann da wirklich nichts schlechtes sagen. Heute läuft es echt gut für uns. Das ist doch möglich. Ich bin ein Reden. Ich bin ein Reden. Ich bin ein Reden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017